Hey Dudes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder der ZBSAUF. Heute ist weit dran. Ich glaube, ich habe gar nicht viel dazu zu sagen. Ihr wisst Bescheid. Zwei Dinge möchte ich noch ansprechen. Erster liegt in der Videobeschreibung. Da ist das Gewinnspiel verlinkt. Neben dem Teil, es ist kostenlos. Also neben dem Teil, ihr könnt einen Skin gewinnen. Der letzte Gewinner war Lee Sin, mit dem habe ich mich auch schon in Kontakt gesetzt. Der kriegt seinen Skin. Und eine andere Sache wollte ich noch ansprechen. Und zwar, ihr seht doch manchmal, größere YouTuber, die blenden manchmal die Statistik ein und sagen 55% meiner Zuschauer sind nicht abonniert. Ich war neugierig. Ich war neugierig. Und habe mal nachgeschaut, meine Statistiken. Ich blende sie euch jetzt hier ein. 88,3% der Leute, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Also macht diese Zahl jetzt mal auf 0 und dann 100% Abonnenten. Dann habe ich meine 100k voll und jetzt nehme ich mit. Ah, zwei Dinge noch, boys. Ich spiele heute mal mit Halo Blades auf Wai, weil ich will sie voll crit spielen. Ihr wisst, crit.op. Und, ja, es ist soweit. Ich habe Exhaust dabei. Es tut mir leid, es auszusprechen, aber ich habe Exhaust dabei. Oh, ich habe meinen eh nicht rausbekommen. Ich bin boostet. Nein! Hat der auch Exhaust? Ach, der hat auch Exhaust. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich vollidiot. Ey, ist das ätzend. Ist das ätzend. Ist das ätzend gegen den zu spielen? Macht das Spaß hier? Nein, auf keinen. Jungs, es macht halt einfach keinen Spaß, ne? Es macht halt einfach, legit, keinen Spaß. Oh, boys. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will quitten. Ich will quitten. Ich will quitten. Bitch. Endlich. Oh, ihr wisst gar nicht, wie gut sich das gerade anfühlt. Easy. Jetzt ist nämlich meine Zeit gekommen. Jetzt ist meine Zeit gekommen, du Scheiße. Jetzt ist meine Zeit gekommen, Fritz. Bin ich mad, sage ich euch. Und ihr wollt nicht gegen mich spielen, wenn ich mad bin. Ich schwöre es euch. Ich rasiere jetzt Rillen. Early Game war vielleicht deins. Jetzt kommt my time to shine, sage ich dir. Jetzt kommt my time to shine. Ich muss ein bisschen runterkommen. Ich finde richtig mad. Jetzt ist es noch so. Ich finde richtig mad. 0,4 und von 0,4 auf 5, 4. Habe ich dich. Oh, scheiße. Wer will so ein Gameplay sehen? Verdammte Kacke. Erlärmte Kacke. Auch noch ein 4 gegen 5, weißt du? Weil einer auf K geht. Pfff. Mein Schaden. Ja, Meister aus dem Team. Aber das bringt halt nichts gegen den Agile, ne? Bringt halt einfach nichts. Wie gesagt, Boys. Lasst ein Like und Dislike da. Je nachdem, ob es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ab jetzt wird es leider kalt. Braucht es also nicht im Spiel. Ihr versteht schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann, bis dann, haut rein. Tschö, mit dir. So, das Video ist jetzt vorbei. Schaut doch noch in ein anderes rein. So, und wenn ihr schon dabei seid, haut doch noch ein Like und Abo rein. Was immer das auch ist. Wann kriege ich eigentlich jetzt mein Geld?